Speiseröhrenkrebs Speiseröhrenkrebs Speiseröhrenkrebs. Speiseröhrenkrebs Eine bösartige Zellwucherung im Bereich der Speiseröhre wird Speiseröhrenkrebs genannt. In der Fachsprache wird Speiseröhrenkrebs als Asphaguskarzinom bezeichnet. Pro Jahr erkranken in Deutschland ca. 11000 Menschen neu an Speiseröhrenkrebs, meist sind Männer und ältere Menschen davon betroffen. Gefährliches Krebsleiden Die Speiseröhre ist ein muskulärer Schlauch, der die aufgenommene Nahrung vom Mund zum Magen transportiert. Durch seine große Dinnbarkeit spürt ein Patient mit Speiseröhrenkrebs die durch die zunehmende Einengung hervorgerufenen Symptome erst spät, sodass der Tumor bei der Diagnose meist schon weit fortgeschritten ist. So bestehen bei einer späten Diagnosestellung in der Regel nur geringe Heilungschancen und die Lebenserwartung der Patienten ist eher niedrig. Speiseröhrenkrebs kann in zwei verschiedene Arten eingeteilt werden, Plattenepitelkarzinom und Adenokarzinom. Adenokarzinom. Wuchern die Deckzellen der Schleimhaut, so spricht man vom Plattenepitelkarzinom, welche die häufigere Form von Speiseröhrenkrebs darstellt. Bei einer Wucherung der Drüsenzellen handelt es sich um ein sogenanntes Adenokarzinom. Speiseröhrenkrebs, Ursachen beim Plattenepitelkarzinom Die Ursachen des Speiseröhrenkrebses sind sehr vielfältig und viele Faktoren sind bisher nicht sicher geklärt. Dennoch lassen sich einige Faktoren eindeutig mit der Entstehung des Speiseröhrenkrebses in Verbindung bringen. Speiseröhrenkrebs vom Plattenepitelkarzinom-Typ findet sich meist im oberen Teil der Speiseröhre. Einem Plattenepitelkarzinom liegen insbesondere folgende Ursachen zugrunde, die wichtigsten Risikofaktoren sind das Rauchen und der Alkohol. Sie sind für drei Viertel aller Plattenepitelkarzinome ursächlich. Vor allem der gleichzeitige Genuss von Nikotin und Alkohol vervielfachen das Risiko an Speiseröhrenkrebs zu erkranken. Zu heiße oder zu scharf gewürzte Speisen und Getränke greifen die Schleimhaut der Speiseröhre an und können so zu Speiseröhrenkrebs führen. Auch bestimmte Zusatzstoffe im Essen erhöhen das Risiko an Speiseröhrenkrebs zu erkranken. Dazu gehören Nitrosamine, welche zum Beispiel bei gepökeltem Fleisch in hoher Konzentration vorliegen oder der Stoff Aflatoxin von bestimmten Pilzen. Inhaltsstoffe der Bittelnuss, welche in Südostasien gehäuft gegessen wird, erhöhen das Risiko für Speiseröhrenkrebs ebenfalls. Verzungen mit Lauge oder Bestrahlungen können die Schleimhaut schädigen und so auch nach Jahren noch zu Speiseröhrenkrebs führen. Des Weiteren können bestimmte angeborene Fehlbildungen Ursache für Speiseröhrenkrebs sein. Inhaltsstoffe der Bittelnuss Rauschen Liebel accounts Bis zum nächsten Mal.